Jetzt sind wir in Los Lagos, so heißt das. Hier ist ein super, super interessantes Hotel mit schöner Anlage. So, wir gehen durchs Tor über eine Brücke. Wow, ist das schön! Und hier sehen wir das Wasser. Und hier auch. Und da spitzt man hinüber. Das ist eine gesamte gegrünte Anlage. Wunderbar. Und dann gehen wir durch das nächste Tor hindurch. Die Brünchen. Und von hier aus sieht man diese wunderschöne Anlage. Das ist der Florian. Die Leute mit dem Boot. Tja. Das sieht aus. Ja, es sind Schwäne oder Enten, die da schwimmen. Auf alle Fälle. Und hier. Das ist das Netteste. Weil mich das Pärchen auf der Wand schaufelt. Ganz versteckt da. Ja. Wunderbar. Was für eine tolle Sache das ist. Hof ist. Denn, wir sehen uns. Vom Menschen. Sand